hallo da draußen und herzlich willkommen hier bei einer runde player unknown spellground heute zeige ich euch mal wo man in jasnaya immer wirklich immer guten loot findet und meistens sogar unbehelligt viel spaß da ist es großes rauernes rotes haus wie auch immer man es und es springt auch so gut wie keiner hier rüber sie kommen alle da drüben runter oder hier eben zu diesen o häusern okay wir gehen rein und wir haben hier schon mal die blank granate und rotpunkt sondern gehen wir hier einmal rum die räume sind recht groß so nach haben wir schon mal und es auch gelöst so gleich mal die ump panne schmerzmittel verband zeug alles dabei und das im ersten raum nicht vergessen so schauen wir hier einmal ins klo rein und da haben wir in stufe 2 rucksack passt perfekt anbauteile haben wir hier noch eine granate 9 mm nehmen auch mit entweder finden wir noch was mit 9 mm beziehungsweise also wir haben ja sowieso die ump so und jetzt haben wir uns schon mal halbwegs equipped also wir können jetzt auch auf jeden fall schon mal kämpfen so hier haben wir gleich noch rockflinte passt auch auch im häuserkampf mega gut hier ist auch kein schwein wir sind in der zone passt auch dass wir haben zeit ohne ende so dann päckchen ach guck stufe 2 also dieses haus ohne witz leute springt hier rein wenn ihr erst erst herunter kommt bringt einfach ins haus zeit einfach equipped was welcher ist jetzt hier ich bin in dem haus was ich markiert habe und du bist nicht an deiner markierung was für eine markierung ja guck was ich markiert keine markierung scheiße man es ist dein fucking ernst mach nie eine markierung das seiler nervt mich da auch immer mit ja weil man mir das genau ansteuert dann ich hasse die scheiß asia server eh gut dass das kein bisschen leckt ja gut es war schon schlimmer komm ich wieder nicht über diese mauer ey also das nervt mich so krass wie sie alle einfach nur am rumweinen sind das ist echt wahnsinn wenn ich mal über so eine halb hohe mauer drüber kommt alter keine chance liegt doch eine akm akm und einen helm wenn du brauchst na ich lasse aber niemanden die munition da ach das haus ist einfach mega jedes mal sind übrigens mitten in der zone ja dann werden wir jetzt nicht mehr lange dauern dass wir besuch kriegen weil die von dem squad die rechts von uns abgesprungen sind die sind aber ziemlich hoch ey es müssten aber zwei squads sein sogar oder ja ja feile genau einer muss bei mir landen ja es sind zwei so geh halt rein mein gott bis er schon wieder das zeug aufhebt hier mit sator ich kann mich schon mal wehren mein gott dass er immer dieses laden abbricht das nervt mich was ist 45 kratz p ne lasse ich mal liegen ich brauche sie denn hier 2 mm da liegt nix wenn rucksack habe ich ja noch nicht ha 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 perfekte mente in 6 2 kann man immer gebrauchen so mikro kommst du mich besuchen in discus tube mhm komm mal was hier draußen so gibt so stufe 2 nehmen wir nix hab ich schon oh oh so ich versuche mir dann gleich zwei hier irgendwo zum camera oh das ist meine sekt so lange waffe habe ich keine jetzt ne schade ach geil sie ist hier rein naja ich mag dieses haus bei uns ist niemand ich mag das haus hier gibt es immer irgendwas guck geil oh schön ich habe einen K98 oh ey ich liebe das haus wo ich gerade bin da gibt es immer irgendwas immer ja ich finde die doppelseitigen da die sind eigentlich auch relativ da ist immer was gutes dabei ja das stimmt ja das stimmt oh das war auch Schwachsinn gerade so den haben wir nehmen wir mal mit ich wünsche mir braucht kein mensch so oh nice sehr nice granate nehmen wir auch mit paar schenke ist die zone mal schauen wenn man nach vorne kommen aber vorne steht meistens ein auto genau mit garagen drin und das am besten dann bald weil ich will nicht wieder der letzte sein der in der zone ankommt ja guck ich habe was dabei für dich ja fach jawohl jawohl zieh es hier rein mann zieh es hier rein ich kann nur drauf gehen ne ich habe geiles zeug es geht gar nicht anders die nehmen wir auch mal mit warum auch nicht schaden kann es nicht wäre natürlich cool wenn hier auch mal was implementiert wird dass du auch diese diese maske brauchst ne so Kalldämpfer und der Vector erweitert das Magazin dann kann er auch den immer noch mit dann kann er auch den immer noch mit ja 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 doch doch hier liegt noch eine stufe 2 Wesse ja bis 2 Entwickler Was ist denn besser? Kompensator Ich sag, dass momentan das Müllungsfeuer besser ist. Na dann wollte ich den. Brauche ich den? Hab ich schon. Passt auch. Liegt noch ein K98. Ist schon irgendjemand ein Auto oder sowas? Nein. Boah, Alter. Dein Scheiß ernst.